Herzlich Willkommen bei S&R 20 Bau TV Wir befinden uns hier direkt vom Ortbahnhof Und zwar Möchte ich mal mit einem anderen Blick auf die Baustelle schauen Das ist ein guter Schritt hier Aber so ein Riesenfaches passt nicht schnell Es ist zwar... Ich verstehe immer ganz Ich bin jetzt ganz auf Das ist mir jetzt eigentlich gut Okay, das ist ein Riesenfaches 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 Es ist ein Riesenfaches Und zwar Ich bin jetzt ein Riesenfaches Das ist ein Riesenfaches Ich bin jetzt ein Riesenfaches Also die ersten Recher sind in der Strasse, eins davon direkt unter dem Leitnersteg Und die ersten Recher sind in der Strasse, eins davon direkt unter dem Leitnersteg Die Liedernsteg Das ist ein Baufeld 24, wo aber etwas grösseres zu tun ist. Ich bin schnell zurück, weil jetzt kann man gleich sehen, dass der Tunnel hier, der Richtung Verlottplatz führt, in dem Bereich geschlossen ist, beim letzten Videobruder noch offen. Da ist auch noch eine Lücke. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.